hallo und herzlich willkommen zurück bei blackberry gaming wir spielen heute wieder car for sale simulator 23 ja mit dem film ja ich sitze neben dem film wir spielen dieses richtig lustige spiel also eigentlich eher ich sitze nur daneben und aber scheiße eigentlich wie immer ja schaut die folgen davor an auf jeden fall auf und ab richtig lustig und ja beim letzten mal haben wir den wissen dass in den ss hier er steigert kommen genau jetzt haben wir noch 2500 euro auf dem konto und ja sind die eigentlich kaputt übrigens bei der option gibt es doch auch kaputte wägen ja habs ich hab mal mit 25 prozent die atmos die schon so ordentlich eingepackt ist noch so direkt ist denn noch nie weil wir haben jetzt ist wir haben geschlafen und dann werden die ja immer trickig drei und siebzig prozent werden die dreckig die werden schon richtig dreckig ja ich schaue ich da schon mal nache oh ja lass den schnutz vorrollen oh das rohlt wieder zurück da hast du mal nache da ist der Hanna da ist er einfach ammer muro ne ha 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 he 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 oah hey da ist er Also der hat schon gespaut, muss ich sagen. Ja, geil. Geschäftsordnung? Nope. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir die reingekauft haben, aber das ist in meiner Arbeit. Auf jeden Fall, was denn trifft. Auf jeden Fall hatten wir glaube ich 60.000 oder so auf dem Konto. Oh. Ach nee, stimmt, wir hatten 100, 100, ich glaube 130, genau. Ich glaube, der Ding, der Army Schlitten hat richtig Kohle gekostet. Der ja, ich glaube, der hat so, ich habe letztens, ich habe ja letztens das Video gesehen. Äh, hehehe. 60.000 glaube ich. Aber also der bringt uns richtig Kohle, den können wir für 100 wieder reinstellen oder so. Den? Der SS. Achso. Oder wen meintest du jetzt mit Army Schlitten? Den da. Ja, den mache ich auch. Hallo? Was ist mit der Kamera los? Ich finde es auch, die Kamera, die ist irgendwie komisch in dem Spiel. Also du musst, es gibt vier Kameraarten, sag ich jetzt mal. Also drinnen normal und drinnen umsehen. Also du kannst dich so drinnen mit der Maus umsehen. Ja. Und draußen nehmen, dass es starr ist. Wenn du rückwärts fährst, kannst du es automatisch machen. Oder du tust dich halt frei oben sehen. Oh. Dann tankt man was jetzt halt. Nee, kann es aber auch so. Aber ich glaube, das kostet mehr. Ja. Die Frage, ob es dann mehr, wirklich so viel mehr bringt. Aber ich würde sagen, wir machen einfach ordentlich so gut. Ja. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass alles so waschen und tanken und sowas. Ich glaube, das gehört so alles zur Anziehungskraft, sag ich jetzt mal. Also halt natürlich auch der Preis, aber. So, Tablet, oder? Mhm. Ah, Tablet. Komm, mach. Und jetzt gibt es nicht ein Kusi mit Kuh. Wichtig. Ja. Kannst immer noch nicht über Zähne springen. Ah, nein. Scheffle, Scheffle. Oh, scheiße. Wollen wir hier nur löschen? Nee. Doch. Wo? Ah, nee, doch nicht. Nein. Ähm, ja. Da. Da. Ah, 12. Hahaha. Das ist großart, das ist großart. Ah, ah. Ich glaube, der fokus war gut. Lord, löschen. Hahaha. Lord, löschen. Ah, gut, seien. 93.000 hat er im einkauf gekostet. Ich habe gedacht, du willst mich für 200 reinstellen. Also 35.000. 150. 150? Echt? Du musst ja hoch ansetzen. Hast du was gelernt? Nein. Eigentlich nicht. Ich lerne nichts. Kann ich jetzt das Bild wieder löschen, oder? Ja. Die kommen auch beide gleichzeitig. Also so meinte ich das jetzt nicht. Webseite. Audi Q7. Q7. 2009. 2009. 2009. 5377 Kilometer. Was war das für eine Farbe? Nein. Bronzebeige. Bronze. Bronze. Nein. Bronze-Beige. Geige. 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 Nicht alle. Nein. Du sagst doch nicht alles. Ja. Bestand. 5377 Kilometer. B. J. 2009. Brunze. Beige. Was machen wir? 20. 20. 20. Ja. Er ist sauer. Wow. Jetzt haben wir keine Bilder reingemacht, oder? Uuuuuhh. Das ist das falsche. Das ist das falsche. Das ist so. Warte? Ja, das passt jetzt. Na, das Bild. Das ist der hier. Und der da. Das ist das. Das ist der hier. Und der da. So. Riesen. Auto. Was auch immer. Für ne. Marke. So. 55. Alter, die haben wir für 27 gekauft. Ja. Das ist das Doppelte. Erstag an. 38. 54. 38. Alter, das ist 40. 38. Ja. 38. Ja. Wollen wir mal den Laden auf? Ja. Die retten uns die Bude ein. Ich sag's dir. Jetzt müssen wir mal Gnete machen. Ich fange mit denen da. Ah. Ah. Siehste. Kleine Dresse. Was hast denn du eigentlich für viele Hits? Hey, wie läuft der? Die Füße sind scheiße. Ja. Das ist so ein Faust wie ich so. Aber komm. 150. Der Preis stört mich. 109. Ja, nee. Das stimmt nicht. Mach mal Schnäppchen. 135. Hör mal. Fettes Gegenangebot hier. Da ja, guck. Das ist, ja. Ja, mach mal nicht. Tschüss. Geh. Ah. Schon wieder so. Der kauft den so. Immer die Jackenträger. Äh, die Jackettträger. Kaufen. Was? 18.000. Ach, das macht er nicht. Warum denn? Das ist 8.000 mehr, wie er gesagt hat. Immer noch zu viel. Aber 5.000 ist schon kacke, oder? Sag, okay oder nicht? Ja, das geht. Dann haben wir 5.000. Nee, nicht. Dann geh ich. Nächste? Nee. Ein bissl, ein bissl money müssen wir schon machen. Money, money. Hallo. Gutes Auto hier haben. Drei Stück. Bitte kaufen. Dankeschön. Kommen Sie ran, kommen Sie an. Kommen Sie ran, gehen Sie raus. Nee, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Guck nach. Jaros Gerst, Sie mögen den hier, gell? Den hier? Ja, den hier. Passt zu der wunderhübschlichen Brille auf jeden Fall. Der Brei stört mich. Der Brei stört mich. Das hier. Sag mal. Oh, er hört sich das mal! Oh ja, ja, ja. Trotz Dunkelheit. 83! Ich hab hier's dich. 190. Der ist schon besser. Damit können wir doch arbeiten. 135. BAM! Und im Büro. Wo denn? Das sind die drei. Da ist noch irgendwo einer hinterm Q7. Hinterm Q7. Oder so. Ah, der Zaun ist da. Aber da steht Kunde im Büro. Ja, ich glaub ich, weil die da da waren. Nein, das geht jetzt immer weg. Vielleicht gibt's so einen Zaungaffer mal wieder? Nein, ist keiner da, Mensch. Sag mal, bist du blind, oder? Ich seh nichts. Der Kunde ist trotzdem im Büro. Wie lange kommen die? Vielleicht meint er den Obdachlosen. 7 bis 20 Uhr. Kannst du das nicht merken? So haben wir eine Uhr, bitte du pack mal. Nirgends. Sollen wir zumachen und noch morgens früh gleich noch nach einem neuen Auto gucken? Hm, ja. Komm. Sollen wir jetzt verdienen bei dem anderen? Ja, 30.000? Nee. 135.000. Ja, fast 45.000. Also 42.000. Also haben wir einen Plus gemacht. Plus? Ja. Also mit dem Auto. Das ist wunderbar. Oh. Oh. Boden angucken. Auktion. 2 PM, Alter. Da kommen wir doch hin. Schau mal. Äh. Schau mal, Automarkt. Äh. Äh. Da stand da nichts da, oder? Ach so, hast recht. Ah, weißt du, wie der Zähl ausgehen wird. Wenn wir denn noch in den Nachbarschaften ein Auto holen? Was direkt da steht. Noch in den Nachbarschaften ein Auto holen, oder? Ja, ja. Guck mal, was da so gibt. Manchmal gibt's auch so geile Kern. Ja, eben. Oh. Was seh ich da hinten? Oh. 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 Ein Dodge Char. Oder ein Doge Char. Ein Doge Char. Ein Doge Char. Ein Doge Char. 16. 16. Das ist aber auch halb kaputt. Jo. Komm, mach 10 und dann ist alles geil. Weil wir haben einen Dodge Char. Oh. Aber dann ist es fertig. Komm mal noch. Ich will den Dodge Char. Oh. 14. 13. Guck. Hätt ich 14 machen müssen. Ach, halt du Schnau. Wir müssen für 16 kaufen. 138.000 Kilometer. Aber wir haben... Aber der Dodge Char, der geht gut ab. Nein. Das ist zu alt. Dann halt nicht. Zu viel Kilometer. Und, was war das? Da ist die Knochen. Da sind alle Teile. Ja, richtig. Was schon ein Bimdi. Neuern oder Alter? Ah ne. Das ist gar nicht möglich. Das ist glaube ich der Fiat Abart. Den wo alle so fahre. Lord Esquad. Classic. Ah, das ist das war der wo so gekippt ist. Oldtimer. Komm. Oder? Ja, 22. Komm, 18.000, aber alles gut. Ja. Komm, Auto. Was macht jeder vorne? Ich glaub, das Auto ist neu. War schon tiefer, hm? Ich glaub, das kam im Update. Was? Ich glaub, ja. Ah ne, den gab's von davor. Das war ein bisschen arg hoch. Hm. Geh nochmal aufs Tablett. Dann Deko. Ne, Upgrades. Ich hab zwei nicht. Upgrades. Abschleppen. Und dann kannst du da jetzt so'n Ding kaufen für 2500. Das heißt, du kannst da noch ein Auto hinstellen. Also du kannst da noch eins hin teleportieren. Komm, 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 komm. Dann nehmen wir gleich alle. Ja. Ja. Ey, das ist ein Fähigkeitspunkt. Oh geil, das ist auch noch da. Was machen wir? In die Richtung da jetzt. Ja, da wollen wir in die Richtung. Ja. Ah, zwei Punkte. Ah, zwei. Aber komm, dann machen wir das, weil alles danach ist viel geiler. Spare mal noch. Willst du es noch? Ja. Ganz brauche da, wo mein ich. Ist ja noch einer. Noch so einer. Kein Sanse. Du siehst doch jetzt, was da los ist. Kein Sansegesell. Mmh. Begabt Tomack. Mein Vater ist Gott. Hm. wir haben noch 57.000 alle natürlich kaufen wir noch hey bruder 5 nicht 5 ja langsam 6 doch nicht wenn ich ja da was ist das die punkte zu vergeben die leute ein ein 51.000 vielleicht schon also stimmt da kommt recht kann man natürlich nicht man kann nicht über zäune hüpfen so ein kleiner hopfer noch wollen Mach 8. 9,5. Wir brauchen dahinten dann doch noch einen kleinen Wagen. Mit der haben wir doch gehandelt, oder? Nee. Oh. Oh. Vielleicht kannst du runterhandeln auf 1400 oder so. Und dann können wir den verschrotten mal. Wie so ein Verschrottauto. Ja, oder wie? 2339. Und 2000. Cool. Was in dem ist das verschrotten? Ja. In 2000. Oh, komm mal nachvollkommen. Ich mein 2000. Ja. Komm mal über die Schande spielen. Ich weiß halt nicht, ob dann da so viel rauskommt an dem Sprach. Wahrscheinlich auch. Ja. Da bin ich schon mal drüber gefahren. Mit dem tiefe gelegten Auto. Na, war's kaputt. Ja, schon so ziemlich. Ey, ich schreibe ja schon voll kurz. Du hast den jetzt verschrotten. Ja, ja. Aber warte, dann machen wir erst... Macht man das überhaupt hier? Ja, der fährt weg. Hm? Ah. Übrigens, die haben alle einen Namen, ne? Ja, schön. Ne, die haben schon einen Namen. Ach so. Der linker ist Joni und der rechter ist Michael. Super. Müssen wir uns hier reinfahren, oder? Äh. Und dann? Ja, weiß ich nicht. Wir werden mal draufhauen. Keine Ahnung. Ehe? Vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Ich hab das noch nie gemacht. Geht nicht. Vielleicht muss ich den Motor ausmachen? Hm. Glück gehabt. Vielleicht muss ich von gewissem Grad kaputt sein. Wahrscheinlich. Oder muss schon, ja. Oder es geht einfach nicht. Da gehen wir mal hin nach. Hm. So wohl. Guck mal da hinten. Poster von da. Von dem hier. Motorradrennen da hinten. Du bist auch echt an nix interessiert, gell? Ja, aber ich will jetzt auch verkauft. Bisschen Entdecker-Lust hier ein. Äh, äh. Waschenhauer, ne? Ach kommts einfach. Ja. Während du die einstellst, kann ich ja mal aufmachen, damit die Leute auch kommen. Wir haben sechs Autos. Wir haben sechs Autos. Ja. Ja. Gunde im Büro. Gunde im Büro. Gunde im Büro. Zack. Hallo Wohlstehen. Kannst du mal einstellen oder was? Äh. Äh. Tablet. Mach doch gleich Bild von beiden. Schon mal dreimal zu viel. Boah. So, was war das jetzt mal? B. S-Cops Classic? Nein, die sind alle. Guck mal, die sind... Sag ich einfach gleich so. Ja. Ja, aufpassen. Äh. Ja, nein. Guck, das war der Falsche. Weil, die... Guck. Nicht im Büro. Und da steht nicht im Verkauf. Ah. Ich will also... Aufpassen. Was ist der da? 22.000? Gunde im Büro. 25. Was? Okay. 30.000. 25.000 machen ja nur 3.000, wenn es gut läuft. So. Äh. Der da, ja. Ja. 22.000. Ja. Ja. Und da, ich wolle kaufe. Wolle kaufe. 30.000. Komm. Kaufen. Oh, ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Also ein bisschen alt wenig. Ja. 18.000. 18.000 wäre guter Preis. Oh, ich muss nachdenken. 15,5. Aber langes Tod, ja? 15,5. Hier gibt's... Ganz unten wäre 14 gewesen, hätte ich jetzt gesagt. Übrigens, linker und richtiger Indikator, das sind Blinker. Hab ich rausgefunden. Das war wirklich besser. Wirklich. Na, kommen wir mit dem Bubi rein, ne? Erst mal, dass wir fünf Autos haben, oder? Ja. Wir hatten vorher sechs. Aber wir hatten ja vorher sechs, d.h. nicht stark lenken, ne? Gebringend weißt du, wie du das reinern kannst, wenn der Motor schon aus ist und noch warm? Ja. Also wenn er vorwärts rollt, dann einfach bremsen. Ach, bremsen? Ja. Der Brems verliert. Haha. In dem Fall nicht. Der Brems verliert 30.000 Milliarden Euro. Ja. Das ist ein mega geiler. Da hat er gar nicht mehr von der Anleitung. Ja, aber zum Glück sieht man doch nicht den Dreck drauf. Wann gibt's jetzt ein Geschäftsauto? Äh, 25? Ja. Ja. Und der Fiat Panda schwankst in der Ballermama, hat er auch noch gewundert, ne? Ja. Haha. Das ist kein Bild. Ja. Kau ein Auto, schwarzbild. Keiner kommt hier. Schau wieder pennen gehen. Jetzt sind wir pennen. Wie meinst du das? Pennen wir? Doch gange? Keine rote Bar. Machen wir morgen. Ja. Wir haben jetzt 10.000 rein? Nein. Doch, komm 10.000. Erstmal 5. Oder wir gehen das Auto kaufen. Puff. Ah, wir haben die Auktion verpasst, du ne? Automarkt ist öff. Automarkt ist öff. Immer auf Automarkt. Hallo? Hallo? Das ist wieder... Du füllst immer durchs Fenster raus. Kannst du denn das mal die Barsch oder so? Immer durchs Fenster. Ne. Sagst du jetzt? Oh. BMW. Käfer. Oh. Direkt kaufen. Haha. Wirklich gern Bude. Äh. Nur 30.000. Mach 25.000. Unser. Barm, Alter. Die rennen uns die... Oh, Porsche. Ich hab'n Porsche gesehen. Komm. Der ist... Da schritt die kaputt. Der ist richtig... Alter. Die Güte. Da schritt die kaputt. Da schritt die kaputt. Ich hab' alle geilere Felgen. Oh. 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 Alter. Aber muss sagen. Das ist auch ein geiles Auto. Noch der... WM hier. Die haben richtig geile Felgen. Oh, Alter. Was sieht denn da aus? Was ist denn hier oben? Für 1000. Wunderbar. Oh. Oh. Und hier. Oh, oh. Vielleicht... Hm? Noch so'n... Nee. Wie? Nee. So'n... So'n Fiat. So'n Fiat Mini. Wir müssen jetzt die verkaufen und dann können wir... Alter, wir haben ja jetzt 8 Autos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Autos! Wenn wir die verkaufen, dann können wir vielleicht noch einen fetten Audi kaufen. Jo! Auf dem Spoiler... von irgendeinem... Na ja, schon mal so! Unter dem LKW... Ja, unter irgendeinem Auto ist es... Unter dem Tiefergelegten bestimmt! Da liegt was! Oh, das ist der Auspuff! Das ist der Auspuff! Jetzt reparieren wir erst noch die da! Kann sie ja mal öffnen! Hab ich doch! Nein! Büro ist schließend! Oben rechts guckt! Das ist der Michael und das ist der Joni! Kein Problem, gar nicht! Soll ich noch was tanken kann? Ja, du kannst ja da zum Schleppwagen machen! Dann steht's direkt vor der Hütte! Was? 6,7, weißt? Haha! Barmalder! Ah, die stehen jetzt da! Aber da verkaufen kann ich's nicht, oder was? Nee! Oh! Da steht aber! Boah! Okay, also... Machen wir noch ein Bildchen! Nee! Mach's ja schon! Gute Idee! Hm! Tablette! Boah! Da kannst du ja mal ein Bild machen mit allen... Also so Erinnerungsfoto, dass man da nicht löscht! Abseide! So, was war denn? Der Bedel! Budel! Das steht nicht auf dem Ding! Achso! Kundinbüro! Zwei! Drei! Fünf! Guten Tag! Ja! Lord Escort, Alter! Gibt bis Lava! Das passt schon! Ich denke! Easy! Verkaufen! Also du könntest theoretisch noch handeln! Hab ich mal gemacht! Das ist teurer, oder was? Ja! Ja! Aber ich würd' nicht so viel machen! 15.000, Alter! Haben wir für 22 gekauft? Was willst du denn machen hier? Scheiße, ich wollte! Fast schadensfrei, Bruder! Jo! Hä? Hä? Der will's zum gleichen Preis kaufen! Mach nicht! Nicht verkaufen! Was? 22.000? Mach 23.000! Okay! Nee, dann mach... Dann mach... Nein, mach ganz normal! Ja, mach doch! Ja, geht's ja so! Ach du kacke! Da ist ja richtig los! Was ist los hier? Drei, fünf! Ah, schnell! Kann man... Warte mal! Machen wir mal! 2.000 und dann kriegst du den Kopf! Hopp! Hopp! So, 20.000! Die Mülltonne kann ich grad mitnehmen, wenn die da drauf reinstehen! Wie viel? Warte, vielleicht was willst der Ander, der jetzt der Ander macht! Ja... Vielleicht klappt der ein bisschen... 11... 11... Ja... Vielleicht... Vielleicht... Für dir... Vielleicht ein bisschen mehr Geld! Du machst so für 145.000 und sie so... Ja, okay! Okay... Okay, die will nicht... Ah! Oh, da stehen noch zwei! Hm... Eben, der hat Noss! Oh, jetzt wird das schon geil! Gibt's denn was? Und der Ander? Geht jetzt! Alter, ich lass so viele Leute wie jetzt fahren noch nie auf unserem Grundstück! Haben nur Traueres draußen stehen? Ha! Alter, komm jetzt! Ich komm jetzt! Du nehm schon jetzt aber! 13,5! Aber letztes Ding jetzt so... Das ist ja... Unterste Grenze, was ich... Ja... 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 Ah! Da bin ich denn! Hahaha... Und jetzt ist auch noch... Komm, 30.000! Geiles Auto! Ja... Und jetzt war nicht... Kann man reden... Ach... 25... Und noch... Und jetzt waren wir... 25... Und nach... und aus reinfahren alle dabei eine audi ja mann jetzt sechs leute infiziert 5 die haben alle geile felgen ich glaube ich habe schon mal gesagt nach vorne vielleicht geht es rückwärts nicht weil der auch geile felgen bei dem beatle den alter was hat der eigentlich für fette reifen hier auf die fehler umgelegt drehen scheiße jetzt bmw händler oder was ist da los wir haben 138.000 und noch drei kerren auf dem hof stehen hat gefunkt mit geilen felgen so tablet 45 45 45 echt jetzt den drei sind ja auch so in den händen hol mach mal Mach mal. Timer. Welcher Ball das ist? Der eine. Das hat ein 58. Oh, falsch. Das ist schon schwer. Hebsite. Und starten. 18? Ja, 18. Und dann noch... 22. Ja, wir würden dann loswerden, wenn das zum Automarkt eigentlich noch den fetten Karten holen. Den R8? Ja. Ja, der kostet eine halbe Million. Nein, der... Was war da noch für 145? Der Porsche? Oh! Porsche 440. Der wird's. 17.000, komm. Da ist noch jemand anderes gekommen. Gott. Ey, kauf ein und dann direkt zum Markt, weil nicht das dunkel wird. schon. Aber kauf ihn jetzt einfach. Fertig. Ich bin jetzt verarschen. Guck, da stehen schon alle um Biedel rum. 6.000 hab ich gemacht. 15.000. Komm, jetzt aber. Alter, guck. Sag dir die... Ah ne, die ist für'n BMW. 16.000. Ja, warte mal. 18. Komm, dann nimm sie. 45. Drift geht! Oh, Alter. Ja, ne? 29. 28. 28. 30. Mach mal 40. 36. Ja. 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 Ich mach mal 1.000. Komm. Komm. Alter, wenn der jetzt noch zu hat. Wir haben nur über 200.000. 211.273. Das erste Mal, das war richtig klar. Und mit dieser härmenden Teutung machen wir jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zugucken. Bleibt dran, verfolgt uns weiter. Und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das wäre mega geil. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin. Tschüss und ciao.